Guten Abend, ich begrüsse alle herzlich zum Webinar zum Thema Hyaluronsäure in der regenerativen und plastisch-ästhetisch-paradoptal-Chirurgie. Es freut mich sehr, Professor Skulian als Moderator hier dabei zu haben. Ich möchte kurz zum Lebenslauf von Professor Skulian einführen. Die aktuelle Position von Professor Skulian ist, er ist sowohl Professor wie auch Direktor der Klinik für Parodontologie und derzeit geschäftsführender Direktor der Zahnmedizinischen Kliniken der Universität in Bern. Er ist auch Board Member in der Osteology Foundation, auch Präsident der International Academy of Parodontology Professor Skulian hat als Autor über mehr als 370 Publikationen in Peer-Reviewed Journals geschrieben. Er ist Mitglied im Editorial Board von zwölf wissenschaftlichen Zeitschriften und er hat an der Universität des Saarlandes Habilitation gemacht. Dann hat er seine Spezialisierung respektive die Facharztprüfung an der Royal Dental College in Dänemark gemacht und weiter dann ausgebildet an der DGP zum Spezialisten. Toni, ich übergebe dir gerne das Wort. Vielen Dank, liebe Lucia, für die Einführung und es freue ich mich sehr, heute Abend mit Ihnen ein paar neue Erkenntnisse zur Thematik der regenerativen Parentaltherapie unter besonderer Berücksichtigung der Hialuronsäure zu besprechen. Und in meinem Vortrag möchte ich kurz über die biologischen Grundlagen dieses neuen Verfahrens oder Applikationen in der Parentaltherapie adressieren. Etwas über die Evidenz aus präklinischen Studien, auch einige neue Daten zu Tierversuchen und Histologien möchte ich Ihnen mitteilen und ebenfalls die klinischen Möglichkeiten, die uns mit diesen Therapiealternativen eröffnen, erläutern. Eigentlich ist die Hialuronsäure kein neues Material, es wurde zum ersten Mal in 1934 beschrieben bei Karl Mayer und seinen Mitarbeitern und eigentlich das Material wurde aus dem Korpus Hydrosis des Auges entnommen, verarbeitet und daher stammt auch der Name. Und das ist die Hialuronsäure, es ist eine Kette von Glykosaminoglykanen. Die besondere Eigenschaft dieses Moleküls ist die Akkumulation in einer sehr hohen Konzentration in einer Wunde und vor allem in der sogenannten extrazellulären Wundmatrix und man hat einen Peak drei Tage nach der Wundung und man hat einen zweiten Peak ungefähr fünf Tage später. Das heißt, in anderen Worten, wenn man einen Heilungsprozess hat, dann hat man eine sehr hohe Konzentration von diesen Molekülen, von diesen Stoffen in der Wunde. Welche sind die Rolle oder die Rollen, die die Hialuronsäure praktisch innehat? Eigentlich, dieses Material spielt eine wichtige Rolle in den verschiedenen Entzündungsprozessen im Körper. Es beeinflusst die Migration der Zellen in die Wunde, hat auch einen Effekt auf die Entzündungsmarker und ganz wichtig ist auch die Kombination und den Effekt auf die Proliferation der Zellen. Vor allem eine Interaktion auch mit Wachstumsfaktoren. In anderen Worten, wenn man zum Beispiel nach einer Wundung eine hohe Konzentration von verschiedenen Wachstumsfaktoren, primär TGF-Beta-1 in der Wunde hat, dann hat man plötzlich eine hohe Konzentration von diesen Molekülen in der Wunde. Auch hat dieses Material einen Effekt auf die Narbengewebe. Das heißt, die Narbengewebe, die sich nach einer Wundung bilden würden, sie werden eigentlich etwas natürlicher ausfallen. Das heißt, das Gewebe, was sich formt, etwas nahbloser aussieht an den Stellen, wo man eine hohe Konzentration von Vialuronsäure hat. Und deswegen heilen zum Beispiel jüngere Personen und Kinder viel besser als ältere Personen. Das ist auch mit ein Grund. Wir haben vor einigen Jahren begonnen, diese Fragestellung systematisch in der Parodontologie zu analysieren. Und wir wollten zuerst mal sehen, ist es tatsächlich wahr, dass die Vialuronsäure einen Effekt hat auf verschiedene Zellen aus dem Parodont. In der ersten Arbeit, Sie sehen hier die Publikation, wir können Ihnen gerne diese Arbeiten zukommen lassen, haben wir praktisch in unserem Labor für Zellenbiologie den Effekt dieses Materials auf die humanen Fibroblasten aus dem Parodont, primär aus dem Desmodont, aber auch aus dem gingivalen Bindegewebe analysiert. Was war die Hypothese? Ich wollte mal schauen, hat die Applikation von Vialuronsäure einen positiven Effekt auf diese Fibroblasten? Und diese Fibroblasten haben eigentlich eine sehr wichtige Rolle bei der parodontalen Mundheilung, aber auch bei der Wundheilung der Weichgewebe. Zum Beispiel im Rahmen einer regenerativen Parodontaltherapie, aber auch im Rahmen einer Rezessionsdeckung, das heißt Weichgewebschirurgie. Wir haben hier zwei verschiedene Materialien benutzt. Also zwei verschiedene Formulierungen, würde ich mal sagen. Die Zusammensetzung ist nicht unterschiedlich, aber durch die sogenannte Querverbindung hat man eine höhere Stabilität. Das heißt, wenn man zum Beispiel die native Formulierung nimmt, das ist H1, Hier hat man einen Effekt, was vielleicht nicht so lange anhält. Bei der sogenannten Querverbindung hat man eine Kombination, die längere Zeit an Ort und Stelle wirkt. Was haben wir gemacht? Wir haben uns angeschaut, ob nach der Applikation der zwei Formulierungen einen Effekt auf die Proliferation der parodontalen Fibroblasten und der gingivalen Fibroblasten stattfindet. Und das können Sie sehr schön sehen auf die zwei Grafiken. Was sehen Sie? Sie sehen hier die sogenannte Kontrolle, das ist die dunkle Grafik. Und Sie sehen die zwei anderen, das ist die rote und die grüne Grafik. Die sind viel höher. Das heißt, dass die Zellen reagieren positiv auf die beiden Formulierungen von Chaluronsäure. Sie proliferieren viel, viel schneller. Und Sie sehen einen deutlichen Unterschied, sowohl bei den parodontalen Fibroblasten, als auch bei den gingivalen Fibroblasten auf diese Formulierungen. Auf diesen zwei weiteren Dias sehen Sie eigentlich das Gleiche. Sie sehen den roten und den grünen Balken, parodontalen Fibroblasten und gingivalen Fibroblasten. Applikation der zwei Formulierungen. Und wenn Sie unten diese kleinen Kästchen anschauen, Sie sehen ganz viele dunkelblaue Punkte, die sind der Zellen, die proliferieren. Und links sehen Sie die Kontrolle. Dort sehen Sie nur vereinzelt diese Punkte. Was ist die Schlussfolgerung aus dieser Abbildung? Dass eigentlich die zwei Formulierungen von Chaluronsäure einen positiven Effekt auf die Migration, das heißt die Einwanderung dieser Zellen in die Wunde, aber auch die Vermehrung dieser Weichgewebszellen haben. Dann haben wir uns weiterhin auf andere Markers fokussiert, wie zum Beispiel verschiedene Wachstumsfaktoren. Sie sehen TGF-Beta-1, Beta-3, etc. All diese Moleküle, diese Zytokine, haben eine wichtige Rolle bei der Wundheilung. Und Sie sehen, dass zum Beispiel die Applikation der beiden Formulierungen für Chaluronsäure TGF-Beta-3 fördert. Das heißt, wir haben eine viel höhere Konzentration in der Freisetzung dieser Wachstumsfaktoren bei den Weichgewebszellen. Und dann haben wir auch andere Wachstumsfaktoren angeschaut. PDGF, das sehen Sie hier auf dem linken Balken. Die sehen, dass die grünen und die roten Balken immer höher liegen als die Kontrolle. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, dass die Konzentration der Wachstumsfaktoren viel höher ist in den Bereichen oder im Moment, wenn ich diese Proteine dann hier appliziere. Wenn ich das in die Klinik übersetzen würde, würde ich sagen, wenn ich diese Moleküle, also die Chaluronsäure, appliziere, dann produzieren die Zellen eine hohe Konzentration von Wachstumsfaktoren. Und das ist eigentlich auch positiv für die Wundheilung. Jetzt sehen Sie auch einen Effekt auf die verschiedenen anderen Marker, wie zum Beispiel IL1A, IL1B, TNF-Alpha, etc. All diese Zytokine spielen eine Rolle in der Wundheilung. Und dann haben wir ein paar Experimente gemacht auf die Matrixmetalloproteinase. Konzentration oder andere Moleküle, die eine Rolle spielen da bei der Bildung der sogenannten extraterrieren Matrix. Und wiederum sehen Sie eine hohe Konzentration von MMP1, von MMP2, MMP3 und MMP8. Und immer die zwei Formulierungen von Hyaluronsäure erzeugen eine viel höhere Konzentration dieser Moleküle im Vergleich zur Kontrolle. Was kann man zu diesen Experimenten sagen? Was ist eigentlich die Schlussfolgerung? Diese zwei Formulierungen von Hyaluronsäure sind sehr biokompatibel. Sie haben überhaupt keinen negativen Effekt auf die Vitalität von Weichgewebszellen, das heißt parentale Ligamentzellen, desmontale Fibroblasten und gingivale Fibroblasten. Sie haben einen positiven Effekt auf die Proliferation und Migration dieser Zellen und einen positiven Effekt auf die Freisetzung von Wachstumsfaktoren, die eben eine wichtige Rolle spielen bei der Wundheilung. Gleichzeitig haben wir auch einen gewissen Effekt auf die Initierung von zellulären, inflammatorischen Antworten. Das heißt in anderen Worten, die Wundheilung wird angeregt und es wird etwas schneller ablaufen. Gleichzeitig haben wir einen positiven Effekt auf die Inflammation. Jetzt haben wir uns auch andere Experimente angeschaut und vor allem auf verschiedene Zellen aus den gingivalen und palatinalen Fibroblasten. Und was Sie hier dann sehen, sind eigentlich auch Experimente auf Osteoblasten. In diesen zwei weiteren Studien haben wir uns auch auf die Mineralisation fokussiert. Und was sieht man? Jetzt gehe ich nicht in den Details, aber wir können Ihnen auch diese Artikel dann zukommen lassen. Wiederum die zwei verschiedenen Präparate wurden angeschaut, H1 und H2. Und wir konnten dann auf die verschiedenen Präkursorzellen für die Knochenbildung die Präparate anschauen. Und Sie sehen wiederum, dass die zwei Kurven, die rote und die grüne Kurve, viel höher liegen als die Kontrolle. Das heißt, man hat nicht nur einen Effekt auf die Weichgewebszellen, sondern auch einen Effekt auf die Knochenzellen. Und Sie sehen hier Effekte auf die Freisetzung von verschiedenen Proteinen, die eigentlich eine Rolle spielen bei der Freisetzung von Matrix-Proteinen, die dann die Neubildung von Knochen beeinflussen können. Wenn wir jetzt dann die verschiedenen Zellen anschauen, Sie sehen auch einen Effekt auf die Mineralisation. Wenn wir den Effekt auf die Mineralisation anschauen, dann sehen Sie, dass die Kontrolle einen stärkeren Effekt hat. Wie interpretiert man diese Ergebnisse? Dass die Helleronsäure hat einen positiven Effekt auf die Freisetzung von diesen Molekülen, die für die Knochenbildung wichtig sind. Aber dieses Potenzial der Zellen wird nicht dann später gehemmt. Das heißt, sie bleiben immer in einem Stadium, die eine Differenzierung noch erlaubt. Und das ist eigentlich ein sehr interessantes Erkenntnis für uns. Das heißt, wir haben auch einen gewissen Effekt auf die Präkursoren der Osteoblasten. Und dass wir das Stemness bezeichnen. Das heißt, diese Zellen können sich auch weiterhin in verschiedene Richtungen differenzieren. Und dann, basierend auf diese positiven Ergebnisse, sind wir weitergegangen. Und wir wollten schauen, wenn ich jetzt einen Effekt hatte auf die Zellen in verschiedenen Zellkulturen, können wir auch einen Effekt haben in einem reellen Defekt. Das heißt, was passiert in einem parolontalen Defekt, in einem Knochendefekt oder eventuell in einer Rezession. Und hierfür haben wir zwei Experimente durchgeführt mit unseren Kollegen aus Japan. Was wurde gemacht? Wir haben ganz standardisierte intraoselle Defekte geschaffen in einem Tiermodell. Diese Defekte wurden dann in vier verschiedenen Weisen behandelt. Natürlich eine Kontrolle, das heißt, offene Kuretage, aufgeklappt, saubergemacht, wieder zugenäht. Zweite Gruppe war Lappen-OP mit einem stabilen Kollagen. Das war eine Kollagen, eine quervernetzte Kollagenmatrix, was natürlich das Volumen halten kann. Dritte Gruppe war mit der Chialuronsäure. Hier haben wir die quervernetzte Kombination benutzt, um eine längerfristige Stabilität zu gewährleisten. Und die vierte Gruppe war die Kombination zwischen Kollagenmatrix und der quervernetzten Hyaluronsäure-Verbindung. Hier sehen Sie einige Beispiele. Das waren die standardisierten Defekte mit den verschiedenen Therapien. Und Sie sehen die klinische Heilung nach ungefähr zehn Wochen. Keine Entzündung, eine sehr schöne, plackfreie Situation. Und jetzt sehen Sie eigentlich die Histologie. Die Kontrolle. Was sieht man in einem Kontrolldefekt? Sie sehen links die Oberfläche der Wurzeln. Und entlang der Wurzeln von koronalen Hapikal proliferiert das Epitel fast bis zum tiefsten Punkt des Effekts. Dort, wo Sie diesen Buchstaben N sehen, das ist eigentlich die sogenannte Notch. Das dient immer als Referenzpunkt für die histometrischen Messungen. Man sieht eine gewisse Remodellierung des Knochens. Aber wenn Sie das Dia in der Mitte anschauen, besteht eine sogenannte Epitelschicht zwischen Knochen- und Wurzelnoberfläche. Das heißt, wir haben keine sogenannte funktionelle Regeneration der Fasern. Was passiert, wenn ich jetzt praktisch Hyaluronsäure appliziere? Das war ganz interessant, weil zum ersten Mal konnten wir nachweisen, dass durch die Applikation der Hyaluronsäure eigentlich eine parodontale Regeneration stattfindet. Schauen Sie bitte mal das Dia hier links an. N ist die Kerbe, der tiefste Punkt des Effekts. Und koronal von dieser Kerbe sieht man eine dünne Schicht von Desmodont, Zement und Knochen. Und wenn ich in der Mitte praktisch eine höhere Vergrößerung der Heilung anschaue, dann sehe ich eine sehr schöne appositionierte Zementstruktur auf das Dentin des Modons. Sie sehen die Fasern, wunderschön. Und diese Fasern, das sind die Scharpeischen Fasern, sie verbinden den Knochen mit dem Wurzelzement. Also in anderen Worten, wir konnten zum ersten Mal eine parodontale Regeneration mit diesem Material nachweisen. Und das war eigentlich sehr, sehr interessant. Was ist die Situation, wenn ich eine stabile Kollagenmatrix, eine sogenannte quervernetzte Kollagenmatrix, in diesem Defekt hineinbringe? Was sieht man? Koronal von der Kerbe sieht man eine Neubildung von Zement, Desmodont und Knochen. Nicht so viel wie bei der Hilaronsäure, aber auch ganz interessant. Was zeigt uns das? Wenn ich das Quagrum stabilisieren kann, ich kann auch eine gewisse Regeneration induzieren, weil wir haben auch Wachstumsaktoren an Ort und Stelle. Und ganz interessant war für uns auch die Kombination der beiden, also Hilaronsäure und die Kollagenmatrix, das resultierte wirklich in einem Tick bessere Heilung. Jetzt, wenn ich die vier Gruppen miteinander vergleiche, was können Sie sehen? Neubildung von Zement. Das heißt, Zement mit Desmodont war am besten in der Gruppe, die mit Hilaronsäure alleine beziehungsweise die Kombination von Kollagenmatrix und Hilaronsäure behandelt wurde. Interessanterweise, diese Kollagenmatrix war auch recht positiv und alle drei Gruppen waren viel besser als die Kontrolle. Das heißt, wir haben einen positiven Effekt auf die Wundheilung, wenn wir dieses Material, das heißt Hilaronsäure, benutzen. Was passiert jetzt in einem sogenannten Rezessionsdefekt? Weil seit einigen Jahren benutzen wir fast routinemäßig bei unseren Patienten dieses Material. Aber wir wollten wissen, kann ich mit diesem Material auch eine gewisse Regeneration von Faserapparaten erreichen? Hierfür wurden wiederum Defekte geschaffen, bilateral in einem Tiermodell. Diese Defekte wurden dann standardisiert, natürlich chirurgisch, einer Chronifizierungsperiode unterworfen und erst anschließend kam es zur sogenannten rekonstruktiven Parantalkirurgie. Sie sehen hier die verschiedenen Messungen, die wir gemacht haben. Das ist jetzt aber nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man zwei verschiedene Therapien durchgeführt hat. Standardtherapie, das heißt ein koronaler Verschiebelappen alleine ohne gar nichts. Das war natürlich die Kontrolle. Die Testtherapie war eigentlich die Kombination von einem koronalen Verschiebelappen und natürlich vorher die Applikation von Hyadent-Gel auf die Oberfläche der Zähne. Sie können hier einfach die Charakteristika der Defekte beobachten. Um die Messungen richtig machen zu können, haben wir die Defekte standardisiert. Das heißt, die Defekte waren immer genauso tief, genauso breit, sodass wir auch die Messungen und natürlich vorher auch die klinische Evaluation standardisieren könnten. Jetzt zeige ich Ihnen einige interessante histologische Befunde. Diese sind noch nicht veröffentlicht. Also sie sind fast die erste Gruppe, die das sieht. Was sehen wir hier? Unten sehen Sie eine Kontrolle. Rechts sehen Sie die Wurzeloberfläche. Und entlang der Wurzeloberfläche ein langes Sommerpithel. Überhaupt keine Neubildung von Zement, Desmaront oder Knochen. Die obere Dia zeigt uns eine gewisse Neubildung von Knochen und Wurzelzement und die höhere Vergrößerung rechts, verdeutlicht uns die Neubildung von Zement, schön angeheftet an die Dentinooberfläche, Desmaront und Knochen. Wenn ich jetzt die histometrischen Messungen anschaue, vor allem hier auf dem rechten Dia, was sehe ich, vor allem was wichtig ist, ist die Neubildung von Wurzelzement. Und hier sieht man eine viel höhere Neubildung von Wurzelzement im Bereich der Testgruppe als im Bereich der Kontrolle. Hier noch einmal eine Kontrolle. Sie sehen einige Kontrollen, zeigen eine gewisse spontane Heilung, meistens limitiert auf dem apikalen Bereich des Defekts. Sie sehen die scharpeischen Fasern, die den Knochen mit dem Zement verbinden. Aber die Testgruppe war immer besser. Ja, das sehen Sie auch wieder hier. Schauen Sie bitte links, die Übersichtsaufnahme. Wir sehen die Kerbe, eine gewisse Knochenneubildung koronal von dieser Kerbe und eine höhere Vergrößerung in der Mitte zeigt Ihnen die Zementneubildung, die Neubildung vom Desmodont und vom Knochen. Und das ist eigentlich die Definition einer parodontalen Regeneration. Hier ein weiteres Beispiel, noch mehr Knochenneubildung. Schauen Sie diesen Knochen koronal von der Kerbe wirklich substanziell. Und Sie sehen das Desmodont, das Wurzelzement und den Apiolaknochen. Das heißt, eine parodontale Regeneration wurde nicht nur in einem Intrausseren-Defekt, sondern auch in einem Knochen-Defekt nachgewiesen. Vor allem, wenn ich jetzt die Neubildung von Zement, das ist NC hier auf diesem Dia, Sie sehen 4,8 Millimeter, also in der Testgruppe verglichen mit 2,98 in der Kontrolle. Das heißt, fast 2 Millimeter Unterschied. Und wenn ich den Knochen anschaue, Nb, das ist die Linie darunter, ist auch deutlich mehr als 1 Millimeter, 1,5 Millimeter fast. Und das zeigt uns wirklich eine statistische Bedeutung. Jetzt wollten wir mal zeigen oder schauen, was wissen wir aus der Literatur. Wir haben auch die ganze Literatur gescreent. Hier ist eine weitere Studie, die wir auch im letzten Jahr publiziert hatten. Und wenn man Hyaluronsäure im Rahmen der parodontalen Chirurgie in einem Knochen-Defekt appliziert, dann konnten wir eine viel höhere oder statistisch signifikative höhere Neubildung von, nicht Neubildung, sondern Attachment-Gewinn und Sondierungshilfenreduktion in der Testgruppe im Vergleich zur Kontrolle, aber auch eine gewisse Auffüllung des Knochen-Defekts. Und die Applikation, also das heißt, die Testgruppe war immer höher bezüglich klinischer Verbesserung als die Kontrolle. Und das sehen Sie auch immer hier. Ja, Sie sehen die Linie, die die Testtherapie eigentlich unterstützt. Die Idee ist, was machen wir in Situationen, die eigentlich eine Weichgewebschirurgie brauchen. Das sind Patienten von mir, die mir überwiesen sind, eigentlich für eine Verbesserung der Putzbarkeit und Verdickung der Weichgewebe. Sie sehen diese Situationen. Die Patienten haben überhaupt keine Attach-Kindie oder sehr wenig. Die meisten Defekte sind im Unterkiefer lokalisiert. Hier sehen Sie eine weitere Situation, sogar ein bisschen schlimmer wie vorher. Beobachten Sie bitte hier auch das Phrenolum, einen starken Zug, überhaupt keine Attach-Kindie war beim Zahn 3.1. Wir haben eine sehr starke Plackakkumulation und sogar eine Taschenbildung, lingual, ungefähr 10 Millimeter. Und diese Patientin hat sogar den Zahn dann verloren, trotz der Tatsache, dass sie keine typische Parontitis-Patientin war. Das heißt, wir wollen diesen Patienten helfen. Natürlich, der erste Punkt ist immer zu schauen, was ist die Äthiologie, warum entstand das Problem. Wir können viele Ursachen haben, Sie sehen hier einige Ursachen. Natürlich, es kann ein mechanisches Trauma sein, aber es kann auch eine Parontitis sein. Es sind auch viele Fälle, wo man eine kieferorthopädische Therapie im Vorfeld gehabt hat und aufgrund der Position des Retainers hat man diese Zähne dann irgendwann mal ein bisschen luxiert. Was will ich erreichen bei meinen Patienten? Ich will eigentlich bei der Wundheilung die erste Phase, diesen Wundheilungsprozess verbessern. Die sehen die Wundheilungsphasen und es ist ganz entscheidend, dass wir dieser Wunde in den ersten zwei bis drei Wochen helfen, weil hier laufen die wichtigsten biologischen Prozesse ab. Was will ich erreichen? Ich will eigentlich das Blutkorgen umstabilisieren, sodass die Wachstumsfaktoren an Ort und Stelle bleiben. Wir haben eigentlich einen positiven Effekt auf die Entzündung. Wir brauchen immer noch eine gewisse Entzündung für die Heilung. Die Neubildung des Granulationsgewebes und die Neubildung einer Matrix. Was ist das Behandlungskonzept? Ich möchte mit meiner Therapie die Wundheilung verbessern und dem Körper helfen, aus eigenen Kräften zu regenerieren. Das heißt, ich versuche, Lappendesign zu benutzen, die die Wunde stabilisieren. Das heißt, ich möchte das Coagulium stabilisieren. Wir verzichten sogar, weil es geht, auf die vertikalen Entzündungen. Zweiter Punkt ist die Benutzung von bestimmten biologischen Materialien, um die Heilung der Weichgewebsdefekte zu ermöglichen und die Proliferation, Migration der Paranthalen und Gingivalen Fibroblastern zu fördern. Natürlich, sehr oft brauche ich auch Zellen, die neues Gewebe schaffen können und eine gewisse mechanische Stabilität bieten. Das ist ein Bindegewebsaussehntat. Diese Zellen sind sehr, sehr wichtig für die Neubildung von einer Attached-Gingival. Und natürlich, die Lappentechnik und die Nahtechnik, eine spannungsfreie Adaptation der Lappen ist sehr, sehr wichtig. Wir haben uns seit ungefähr zwölf Jahren mit der Tunnelierungstechnik beschäftigt und vor allem die Modifikation der Tunneltechnik. Warum eine Modifikation? Weil wir präparieren bei dieser Technik einen mucopereostalen Lappen. Keine mucosale Präparation, weil das Gewebe sehr, sehr dünn ist. Ich möchte das Gewebe nicht perforieren, sondern eine gewisse mechanische Stabilität und Dicke des Lappens erreichen. Und dann natürlich das Gewebe nach Corona reponieren, sodass wir diesen Bereich ohne Spannung vernähen können. Natürlich, dafür brauchen wir spezielle Instrumente. Und diese Instrumente sind die sogenannten Modifikationen der Tunnelierungsinstrumente. Die sind wie kleine Raspatorien. Damit kann ich das Gewebe sehr gut präparieren. Und ich zeige Ihnen einige Fälle. Bis jetzt habe ich circa 80 oder sogar mehr Patienten mit dieser Technik mit Hialuronsäure und Bindegewirksansontat therapiert. Insgesamt habe ich aber in den letzten zwölf Jahren mehr als tausend Fälle behandelt mit dieser Technik. Und es kommt wirklich sehr gut in den meisten Fällen zu einer vorher sagbaren Deckung und Verdickung. Sie sehen das Problem. Wir kennen alle diese Probleme aus unserer Praxis. Hier hatte die Patientin überhaupt keine Tetsch-Gingiva gehabt. Sogar eine Inseriven, das Frenulum. In der Zwischenzeit versuche ich das Frenulum immer während der Präparation des Tunnels zu entfernen und nicht in zwei Phasen. Also das heißt in einem einzigen Schritt. Spannungsfreie Präparation des Tunnels ohne eine Inzision im Bereich der Papille. Anschließend können wir die zwei Ränder der Wunde zusammenziehen ohne Spannung und das bedarf einer Spannungsräum Präparation. Eine Entnahme des Bindegewebes aus dem Gormann-Bereich in Kombination mit der Hyaluronsäure. Ich habe Ihnen die Studien gezeigt, die eigentlich dieses Konzept unterstützen. Ich erwarte eine gewisse Regeneration vom Faserapparat auf dieser Wurzeloberfläche. Und was mir aufgefallen ist bei der Applikation der Hyaluronsäure und das war auch mit ein Grund, warum ich angefangen habe in diesem Bereich zu arbeiten, ist die Stabilisierung des Blutkoagulums. Das können Sie auch mit dem bloßen Auge erkennen. Das Blutkoagulum stabilisiert auf der Wurzeloberfläche. Und das ist wirklich eine einmalige Eigenschaft des Materials, weil wenn ich jetzt diese Moleküle auf die Wurzeloberfläche und ich habe eine Blutung eigentlich funktioniert das Material viel besser, weil ein Molekül, ein Rosario bindet ungefähr 50 Moleküle Wasser und dadurch habe ich einen sehr guten stabilisierenden Effekt. In anderen Worten werden diese Moleküle aus der Wunde nicht ausgespült. Und dann kommt natürlich die Naht, Alzerknopfnähte oder Kombination auch mit Umschlingungsnähtern oder doppelter Umschlingungsnaht, sodass ich eine stabile Situation habe. Natürlich das Material kann niemals die chirurgische Technik ersetzen. Alles muss zusammenpassen in diesem Konzept und Sie sehen eigentlich eine sehr schöne komplette Deckung. Hier sehen Sie einen zweiten Fall, das ist bereits eine sogenannte Miller-Klasse 3 oder heutzutage sprechen wir von einer RT2-Klasse. Hier auch das gleiche Problem. Die Therapie ist ähnlich eine Präparation des Tunnels. Die Papillen werden belassen. Ohne Spannung die zwei Wundränder adaptiert. Applikation der Hyaluronsäure auf die Wurzeloberfläche, sodass sich das Blutkarbon stabilisieren kann. Anschließend sehen Sie die sehr schöne und präzise Adaptation des Bindegewebs und die laterale Schließung des Tunnels. Der große Vorteil des Bindegewebes besteht auch darin, dass sich einen ganz kleinen Teil, ungefähr einen Drittel exponiert lassen kann, das wir keratinisieren. Aber Sie sehen auf dem Bild drins, ich appliziere noch eine Schicht von Hyaluronsäure auf das Bindegewebs Sassantat, sodass die Heilung optimieren kann. Sehen Sie bitte hier eine komplette Deckung und eine Wiederherstellung der Attached Gingiva. Hier zeige ich Ihnen einen Fall im Oberkiefer auch die gleiche Präparation ohne Spannung, sodass man auch die Papillen schön unterminiert. Applikation der Hyaluronsäure, Sie sehen wiederum die Situation intraoperativ mit dem Blutkoagulum und eine sehr schöne spannungsfreie Naht, sodass man die Reticion und das Bindegewebs Sassantat decken kann. Hier sehen Sie dann die Situation nach der Therapie und es ist erkennbar ein sehr schönes ästhetisches Bild, aber auch eine komplette Deckung. Hier ein weiteres Beispiel, Sie sehen hier ist eine schwierigere Situation. Hier habe ich eine Patientin, die eine kieferorthopäische Therapie hinter sich hatte. Was ist das Problem? Hier aktivierte sich der Retainer. Wenn Sie so einen Fall in der Praxis haben, schauen Sie immer die Länge der Zähne an, der benachbarten Zähne. Hier ist der Zahn 4-1 etwas länger auf den ersten Blick als der 3-1. Was bedeutet das? Immer schauen Sie bitte auch von Intisal. Warum? Weil wir haben hier einen sogenannten geflocktenen Retainer und dieser Retainer drückt ein bisschen den Zahn nach bukal, nach labial und dadurch entstand der Rezessionsdefekt. Das Problem in so einem Fall müssen wir immer zusammenarbeiten mit dem Kieferorthopäden. Das heißt zuerst den Zahn nach Linguan torken, sodass wir hier die Ausgangssituation für eine Operation verbessern. Hier käme dann nach ungefähr 4-6 Monaten das Bild nach der Kieferorthopäden Therapie. Sie sehen, die Retention wurde enger und erst jetzt würden wir die chirurgische Therapie durchführen. Was macht man? Präparation eines Tunnels, sodass ich die Papillen erhalte, schön unterminierend präparieren, sodass ich die beiden Wunderänder zusammenziehen kann, ohne Spannung natürlich, Applikation der Hyaluronsäure auf die Wurzeloberfläche, wir sehen die Stabilisierung des Blutkoagulums und dann die Naht der Transplantat genau an die Schmelz-Zement-Grenze fixiert und unbeweglich gemacht, das ist sehr, sehr wichtig, also die chirurgische Technik ist super wichtig und dann sehr schön die Wundränder zusammenschließen, sodass man den koronalen Bereich fast komplett decken kann, Sie sehen, ein ganz kleiner Bereich des Transplantats ist noch offen, aber das ist kein Problem, weil mehr als zwei Drittel ist gedeckt und die Heilung zeigt uns eine hundertprozentige Deckung und eine Wiederherstellung des verloren gegangenes Weichgewebes. Jetzt zeige ich Ihnen noch ein paar weitere Fälle, Unterkiefer, Eckzahn, hier steht der Zahn etwas außerhalb des Knochens, man konnte in diesem Fall den Zahn nicht wieder nach lingual bewegen, die Therapie ist die gleiche, Reparation des Tunnels, laterale Demobilisierung der Weichgewebe, Chance wiederum die Stabilisierung des Blutkoagulums, Nachapplikation von Hyadent und dann die Kombination mit dem Bindegewebs also das natürlich in Verbindung mit der entsprechenden Nahtechnik. Und die Heilung zeigt Ihnen wieder eine sehr schöne Wiederherstellung des verloren gegangenes Weichgewebes, eine komplette Deckung bis zur Schmelz-Mengrenze, auch eine gewisse Verdickung und mehr keratinisiertes Gewebe. Und Sie sehen hier ein weiteres Beispiel, eine Patientin auch mit einem Unterkiefer, Eckzahn, eine tiefe Rezession, sie hatte Schwierigkeiten bei der Reinigung und ich möchte Ihnen hier kurz ein Video zeigen, um die chirurgische Technik darstellen zu können. Der erste Schritt ist immer die Reinigung der Wurzeloberfläche. Ich möchte keine Plagg haben, ich möchte wirklich eine saubere Oberfläche vor mir haben. Anschließend präparieren wir intrasulkulär mit den Mikroklingen und mit den einzelnen Tunnelinstrumenten erfolgt die Präparation des Tunnels, z.B. vertikal und dann lateral. Die konkave Seite des Tunnelinstruments kommt immer auf dem Knochen liegen. Sehr sehr wichtig. Und anschließend führe ich die sogenannte interne Fremdermektomie durch. Wir hatten hier einen Fremdrum gehabt, einen Zug gehabt. Ich entferne das Fremdrum von innen und ich nehme eigentlich diese Fasern raus. Sie sehen hier ein Beispiel. Dadurch habe ich viel weniger Spannung in diesem Bereich und ich kann die Wundränder zusammenziehen über die Rezession. Das ist sehr, sehr gut. Schauen Sie bitte, wie tief der Defekt ist. Bis zum Abwächs, bis zur Hulzerspitze. Das ist auch der Grund, warum ich hier ein regeneratives Material habe. und ich möchte nicht nur Bindegewebe, sondern eine Kombination von einem regenerativen Material und ein eigenes Transplantat in den meisten Fällen. Ja, Sie sehen die Entnahme des Transplantats, meistens mit der sogenannten Einzelincisionstechnik. Das Transplantat sollte in der Dicke nicht bis 1,5 Millimeter überschreiten. Ganz, ganz vorsichtig. Im Gormen benutze ich meistens keine Mikroklinge, sondern eben nur herkömmliche entweder 15 oder 15C Klingen. Damit kann ich eine breitere Fläche schneiden. Und schauen Sie bitte jetzt die Applikation der Rosarer. Zuerst mal Apical und dann von Apical nach Koronal und Sie können bereits hier mit dem bloßen Auge erkennen, wie schön das Material das Blutkorgel stabilisiert. Nachdem ich das Bindegewebs Transplantat in den Tunnel gezogen habe, ich mache eine Naht, dadurch habe ich eine gewisse Fixierung, also einen sogenannten fixen Punkt und dann ziehe ich praktisch das Transplantat in die andere Richtung und ich schaue, dass das Transplantat sich dicht dreht in diesem Tunnel. Das ist ganz wichtig. Also praktisch dieses Transplantat muss wie eine Membran über diese Wurzel Oberfläche sein. Das ist ganz wichtig. Und natürlich anschließend wird das Transplantat mit einer sogenannten Umschlimmungsnaht am Zahnhals fixiert und dafür benutze ich meistens eine 6-0 Naht mit einer kurzen Nadel Nadel Länge ist ungefähr 12 Millimeter und noch eine Schicht Hyaluronsäure oder Hyaluronsäure auf die Oberfläche des Transplantats. Sie sehen die Viskosität die entsteht und das ist ganz typisch. Das heißt ich muss nicht darauf achten dass ich hier jetzt die Wurzel Oberfläche konditioniere das brauchen wir nicht wir entfernen nur die Belege mit Hand Instrumenten und anschließend wird auf die Wurzel Oberfläche appliziert ohne dass ich konditioniert habe. Wenn man eine gewisse Bulutung hat dann ist das kein Problem. Ich brauche nicht darauf zu achten dass die Oberfläche jetzt blutfrei oder trocken ist. Das funktioniert auch in einem feuchten Milieu sehr gut sogar besser als in einem trockenen Milieu. Schauen Sie jetzt bitte die zusätzliche Verstärkung Stabilität hier wird eine sogenannte Umschlimmungsnaht mit einer Aufhängenaht kombiniert und dadurch habe ich eine sehr gute Stabilität in diesem Bereich. Jetzt zur Heilung wir sehen hier die Situation vorher das ist die Situation ungefähr ein Jahr später sehr schöne neue Bildung vom Weichgewebe komplette Deckung und die Sondierung ist vielleicht 0,5 Millimeter. Also wir haben jetzt letzte Woche ein Paper veröffentlicht mit Fällen schwierigen Fällen im Unterkiefer alle Fälle von mir behandelt aus sechs Fälle aus zwölf waren hundertprozentig gedeckt das heißt man sah gar nicht wo die Chirurgie gemacht wurde und die Fälle waren oder Defekte waren 4 bis 5 Millimeter tief mittlere Deckung war 96% und im Laufe der nächsten Woche kommt ein zweites Paper mit multiplen Defekten und dort sah die Evaluation oder sahen die Ergebnisse ähnlich aus wie bei den zingulären Defekten das heißt als Schlussfolgerung können wir sagen dass dieser neue Einsatz mit der Anwendung der Hyaluronsäure in Kombination mit einer Paranthalen Chirurgie oder Weichgewebschirurgie die Paranthale Wundheilung und die Paranthale Regeneration fördert das heißt wir haben ein Material zur Verfügung was uns in der täglichen Praxis helfen kann und natürlich wir brauchen auch andere Daten von anderen Arbeitsgruppen aber damit möchte ich mich bedanken für ihre Aufmerksamkeit tut mir leid für die kleine Störung während der Präsentation Sie sind willkommen nach Bern für weitere Kurse oder wenn Sie Fragen haben Sie sehen meine E-Mail Adresse und dieser Webinar wird dann auch frei zugänglich sein Sie können hier die Adresse anschauen aber natürlich das Wichtigste ist das Verständnis der Biologie dahinter und natürlich die Kombination der verschiedenen chirurgischen Techniken mit biologischen Materialien das ist ganz wichtig also alles in einem macht das ganze Behandlungskonzept aus und jetzt stehe ich Ihnen ganz gerne zur Verfügung für weitere Fragen und bedanke ich mich noch einmal für die Organisation des Webinars auch an WGDAT Dankeschön Gibt es Fragen im Chat ja ich sehe da eine erste Frage Okay ich habe hier eine Frage und die Frage lautet wie folgt können Sie bitte noch ausführlicher erläutern wie man vorgeht bei Defekten mit inserierenden Frenula wie kann man das einseitig lösen also Sie haben das im Video gesehen in den meisten Fällen sind die Frenulas nicht sehr stark also es gibt stärkere Frenulas aber ich würde sagen in mehr als 90% der Fälle wenn ich den Tunnel präpariert habe auf dem Knochen das ist ein Mucopereoster Lappen dann spüre ich die inserierenden Frenula auf der innerseite des Lappens und wenn das Frenulum nicht sehr stark ist kann ich mit einer scharfen Kurette entlang des Lappens gleiten und dadurch kann ich diese feinen Fasern entfernen wenn das Frenulum ein bisschen stärker ist dann gehe ich eben mit der Mikroklinge in Kontakt also parallel zum Lappen zum Tunnel ich bewege die Klinge praktisch parallel zum Weißgewebe des Tunnels und dadurch werden diese Fasern geschnitten wenn es noch stärker ist kann ich noch tiefer gehen und auch vom Knochen praktisch die Fasern entfernen natürlich man hat ein paar Restfasern die dort verbleiben aber die Reinsertion dieser Fasern wird mit einem Bindegewebs Transplantat verhindert das heißt ich setze das Bindegewebs Transplantat in den Tunnel hinein eine Umschlingungsnaht um das Transplantat genau dort zu fixieren wo ich es haben möchte und dadurch werden gleichzeitig die Fasern blockiert um wieder anzuheften also das wäre das Prozedere funktioniert sehr gut und vor allem im Bereich der Unterkieferzähne und die sind immer etwas schwieriger zu therapieren viel vorhersagbar Ok im Moment sehe ich hier keine weiteren Fragen siehst du vielleicht Lucia andere Fragen die zu dir gekommen sind Nein ich sehe keine die Person die vorher gefragt hat hat sich jetzt bedankt aber ich sehe keine weiteren Fragen mehr Ok vielleicht können wir auch die Papers die wir publiziert hatten dann posten das kannst du auch auf eurer Webseite machen und ich kann das auch auf meine Facebook Adresse oder Facebook Seite aufschalten dann kann man auch ein bisschen mehr Grundlage und Hintergrund Informationen dazu bekommen Ja Ja das ist gut Ja gut dann jetzt kommt vielleicht noch was Wie viel Hyaluronsäure braucht man für eine Rezession Toni wird gefragt Wie viel also ja es ist ziemlich viel in so einer Ampulle ich denke ja vielleicht eine Hälfte eine Viertel für eine Rezession also ich kann 6-7 Rezession also den ganzen Unterkiefer oder den ganzen Oberkiefer mit einer Dosis behandeln also ich weiß nicht ob es mehrere Dosierungen gibt aber diese Dosierung das ist eine ganze Spritze das dürfte für 4-6 Zähne definitiv ausreichen Ok weitere Fragen Keine Nein ich sehe keine weiteren Fragen mehr Ich denke es ist auch wichtig dass man auch praktische Übungen durchführt auch bei den chirurgischen Techniken so dass man versteht in welchen klinischen Situationen bestimmte Biomaterialien applizieren kann aber natürlich man muss auch die chirurgische Technik und das ganze Behandlungskonzept beherrschen das ist ganz wichtig Gut dann bedanken wir uns herzlich sehr gerne danke für die Einladung und ich wünsche allen noch einen schönen Abend und eben wenn es Fragen gibt können sie sich sowohl beim Professor Skuller direkt wenden oder bei uns bei Regident Danke auf jeden einen schönen Abend noch